Digitale Signaturen. Was sind digitale Signaturen? Eine Signatur ist die digitale Unterschrift eines Kommunikationspartners. Der Sender kann mit einer Signatur seiner Nachricht dem Empfänger bestätigen, dass wirklich er die Nachricht gesendet hat und nicht irgendjemand anders. Die Signatur einer Nachricht oder Datei schützt diese nicht vor Manipulation. Hierfür werden Hash-Funktionen verwendet. Die Signatur ist einzig und allein eine Authentifizierung eines Senders beim Übertragen von Informationen. Eine Übertragung mit Signatur könnte wie folgt aussehen. Alice schuldet Bob 100 Euro. Alice möchte Bob diese Schuld in digitaler Form bestätigen. Dafür verfasst Alice eine Nachricht, einen Schuldschein, den sie mit ihrer eigenen privaten Unterschrift unterschreibt. Anschließend wird die Nachricht an Bob übertragen. Bob kann nun mit Hilfe der öffentlichen Unterschrift von Alice die Nachricht entschlüsseln. Wenn das Entschlüsseln der Nachricht erfolgreich war, weiß Bob mit Sicherheit, dass die Nachricht von Alice stammen muss. Denn die mit Alice privatem Schlüssel unterschriebene Datei ausschließlich mit Alice öffentlichem Schlüssel korrekt entschlüsselt werden.